Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft, in der neuen Minecraft-Welt auf der Minecraft-Welt. So, letzte Folge sind wir Gott sei Dank gestorben. Zweimal sogar. Das finde ich eigentlich... Das hat mir auch ganz Spaß gemacht, wenn man stirbt. Das ist immer ganz gut. Das mache ich auch gerne mal. Und ja, meine Sachen werde ich nicht aufsuchen, weil ich glaube, die finde ich nie mehr wieder. Ich bin halt ein kleiner... Ich bin halt ein kleiner Wecker. Und deswegen werde ich jetzt noch mal alles von Minecraft starten. Was ich eigentlich auch finde. Also ich finde, es macht immer eigentlich Spaß. Außerdem habe ich jetzt auch... Das habe ich jetzt so lange nicht mehr gesagt. Twitch, da könnt ihr mich auch abonnieren. Max-Max2-Max2-Ja. Super. So, letzte Folge sind wir leider gestorben. Was mir selber sehr leid tut. Und deswegen bauen wir jetzt weiter hier unser Holz ab. Und... Ja. Jo. Mhm. Okay. Ja. Die waren jetzt, ich denke mal, so zwölf Holz ab und dann reicht's. Da müssen wir ja nicht mehr mehr Holz haben. Zwölf müsste reichen. Gut. Dann gehen wir weiter. Hallo. Gut. Und... Aschbommel hoffentlich ist der Boden. Ja. Ja. Sehr gut. So, jetzt brauchen wir vielleicht mal so eine Pfeile machen wollen. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir gestorben sind, weil wir letztens hatten wir auch überhaupt nicht viel... Also, ja. Und... Geil. Endlich Eisen. Endlich. So glücklich. Gut. Dann... Ich würde sagen, zur Sicherheit komme ich hier mal in die Ecke. Wie immer. Ich gehe gerne in Ecken. So. So. Jetzt rein. Und jetzt rein. Ich würde dich dann. Jetzt rein. Was. Und jetzt? Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020